So Leute, und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal eine Methode, die ihr in Rainbow Six alle Operator Elite Skins einfach bekommen könnt. Ihr wisst ja sicherlich, man muss hier für die Elite Skins im Shop Geld bezahlen. Ich weiß nicht, gibt es hier gerade irgendeine Elite Skin? Ich glaube soweit nicht. Man bekommt halt auch noch ein paar andere Skins dazu, wie zum Beispiel von Pro Teams. Irgendwelche Skins, zum Beispiel von Jiju oder sonstige Skins. Auch manche Waffen, das zeige ich euch aber gleich. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier keinen einzigen Elite Operator. Und das werden wir jetzt ändern. Und zwar sehen wir uns dafür nach einem kurzen Cut wieder. So Leute, ich befinde mich jetzt hier auf meinem Desktop. Und zwar, was ihr dafür machen müsst, ist auch folgenden Link in der Beschreibung gehen. Ich habe in euch nochmal die Beschreibung gepackt. Ich habe mir jetzt hier gerade mal kopiert. Dann müsst ihr hier drauf, müsst halt bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Dann müsst ihr kurz das Capture lösen. Dann löst ihr es kurz, klickt ihr auf Weiter. Dann müsst ihr kurz warten, dann ladet ihr es runter. Einmal die Kartei. Und dann geht ihr in euren Downloads-Ordner, dann müsst ihr es dann runtergeladen sein. Ja. Dann öffnet ihr das einmal. Wenn ihr das dann geöffnet habt, klickt ihr auf Weiter. Dann lädt das hier nochmal ganz kurz. Das lehnen wir alles einfach ab. Und dann lädt das hier ins die Datei runter, die wir haben wollen. Dann, wenn es runtergeladen ist, findet ihr das wieder in eurem Downloads-Ordner. Einmal klick Downloads. Ihr habt es runtergeladen, dann könnt ihr das hier auch beenden. Wieder auf Ablehnen. Und dann ist das auch fertig. Gut, dann geht ihr wie gesagt in euren Downloads-Ordner. Und diese Datei hier, das können wir löschen. Das braucht ihr nicht mehr. Jetzt ist es gelöscht. Perfekt. Und diese Datei hier braucht ihr. Die kopiert ihr euch. Oder könnt ihr ausschneiden, wie auch immer. Die nehmt ihr. Und die brauchen wir jetzt gleich. Das erste, was ihr macht, ist, ihr geht halt dorthin, wo ihr Ubisoft installiert habt. Ich bin falsch nur hier bei Programme. Ihr könnt auch hier unten bei euch Ubisoft suchen. Nur bei mir funktioniert es nicht. Deswegen musste ich es hier suchen. Und ihr sucht dann hier in eurem Rahmen nach Ubisoft. Einmal hier in den Ordner. Ubisoft Game Launcher. Und dann öffnet ihr ganz kurz Ubisoft. Da müssen wir kurz was umstellen. So. In Ubisoft geht ihr dann hier oben auf den Balken mit den drei Strichen. Geht auf Settings. Und ganz wichtig ist, dass ihr hier den Haken raus macht. Bei Enable, Cloud, Sales, Inclimization, Fault, Supported Game. Da ist kein Haken drin sein. Sonst funktioniert es nicht. Ihr macht hier den Haken raus. Und danach könnt ihr eigentlich Ubisoft auch schnell schließen. Ihr braucht es nicht mehr. So. Dann geht ihr wieder in euren Dateimanager. Dort, wo ihr ja gerade auf Ubisoft gestartet habt. In Event-Part. Und da geht ihr dann in den Ordner auf Save Games. Geht in den ersten Ordner. Und dann geht ihr hier in den neuesten Ordner. Und dann müsst ihr folgendes machen. Ihr ladet, ihr nehmt die erst die 1.safe Datei, nehmt ihr raus. Die alte. Macht die Datei einfach mal kurz hier rein. Und dann nehmt ihr die Datei, die ihr eben runtergeladen habt. Auf den Download-Link. Die auch 1.safe heißt. Macht ihr hier und schiebt sie einfach hier in den Ordner. Also ihr tauscht sie im Prinzip einfach nur aus. Ich würde euch empfehlen, die Datei, die ihr alt-die hier rausnehmt, nicht zu löschen oder so. Einfach mal aufheben. Da sind eure Settings und alles noch gespeichert. Vielleicht braucht ihr das noch. Ich würde sie auf keinen Fall löschen. Ja, wie gesagt, ihr tauscht es dann aus. Und dann passt es. Dann könnt ihr das alles wieder schließen. Und dann eigentlich müsst ihr dann nur noch Rainbow starten. Wir sehen uns dann nach einem kurzen Cut wieder, wenn ich Rainbow gestartet habe. So, da sind wir jetzt auf In-Game. Und wir können jetzt mal auf Operators hier gehen. Auf gehen wir erst mal auf Attackers. Und ihr seht, wir haben überall Elite. Wir haben ein paar geile Skins. Dann bekommt ihr von ESL-Problemen und so ein paar Skins. Also alle, die eigentlich relativ viel Geld kosten. Und das ist einfach komplett kostenlos. So könnt ihr die bekommen. Ich kann euch ja gleich auch nochmal im Quick-Match zeigen. Also die anderen sehen, die Elite-Skins dann auch. Ihr habt dann auch die Animationen und alles. Das funktioniert ganz normal. Was halt wichtig ist, ist, dass ihr die Datei halt jetzt zu mir runtergeladen habt. Und sozusagen meine Settings habt. Und das heißt, ihr spielt halt jetzt mit den Waffen, die ich spiele. Und eure Ziere wurden zurückgesetzt. Alles. Das wurde von einem alten Account nicht übernommen. Und ihr spielt auch halt mit meinen Settings jetzt sozusagen, meinen Controls und so weiter. Also ihr müsst hier, wenn ihr irgendwas, keine Ahnung, anders habt, damit ihr es wieder umstellen. Wenn ihr zum Beispiel euch bewegen oder so auf einer anderen Taste habt oder so, damit ihr es alles wieder umstellen. Das heißt, eure Settings werden nicht übernommen. Deswegen sollte man halt auch die alte Datei aufheben. Falls ihr da irgendwelche Settings nochmal nachschauen wollt oder so. Deswegen würde ich die halt nicht löschen. Falls ihr die noch braucht für irgendwelche Einstellungen oder so. Ihr müsst halt jetzt gucken, eure Einstellung komplett wieder neu machen. Bei den Operatoren die Waffen wieder ändern. Und dann die Visiere ändern und alles. Das wurde halt alles nicht übernommen. Das ist der einzige Nachteil. Und dann könnt ihr hier halt aber auch noch zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt sagt, ihr habt jetzt irgendwo keine Ahnung, Black-Eis-Dürgungs-Skin. Zum Beispiel, bei mir ist das jetzt bei Line der Fall. Dann gehen wir mal zu Attackers und gehen mal kurz zu Line. Dann könnt ihr auch sagen, ihr nehmt jetzt zum Beispiel hier auf die 9-Pistole habe ich Black-Eis und deswegen gefällt mir nicht oder so. Dann kann ich auch einfach sagen, okay, ich nehme mir mein Black-Eis. Und aber was ganz wichtig ist, dass wenn der Elite-Skin verloren geht oder der Pro-Skin, der geht halt dann verloren, aber ihr habt dann euer Black-Eis wieder und ja. Aber den habt ihr dann sozusagen nicht mehr, ihr könnt den dann nicht mehr auswählen hier in der Liste. Der ist dann sozusagen weg. Aber wenn das euch irgendein Skin nicht gefällt oder so, dann könnt ihr jetzt halt wie gesagt da wechseln. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in den Quick-Match und dort zeige ich euch auch, dass das funktioniert mit den Elite-Skins. Ich würde sagen, wir sind es nach einem kurzen Cut. So Leute, da sind wir jetzt auch im Quick-Match und ihr seht hier schon im Operator-Menü, dass ich hier Twitch Elite habe. Und das sehen halt auch ganz normal die anderen. Wollte ich einfach noch mal ganz kurz zeigen. Ansonsten war es uns mit dem Video. Jetzt wisst ihr, wie man halt die Elite-Skins einfach komplett kostenlos kriegt und muss nicht dafür sein Geld verschwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und probiert es selbst aus. Es überzeugt euch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.